Hallo und herzlich willkommen hier in Thomas Loch, Bössl Training Studio hier in Olching. Mein Name ist Gun und heute gehe ich einfach mal mit euch ganz drei einfache Übungen für Anfänger, Einsteiger gegen Kniearthrose. Also wir kennen es alle, vielleicht kennen wir jemanden in der Familie, Oma, Opa, der einfach diese Kniebeschwerden hat, das ist Arthrose und das kann tatsächlich sehr, sehr schmerzhaft sein. Und da zeige ich euch einfach mal drei einfache Übungen. Nun könnt ihr das Video den Großeltern zeigen oder jedem, der betroffen ist, es wird denen eindeutig helfen. Dafür hoppen wir uns tatsächlich erst einmal hin. Ich bin ein Freund, also wir lehnen uns nicht an. Also wenn es ein Stuhl ist, wichtig, stolz im Blick, Brust voraus und die erste Übung, die wir machen, heißt Kniependeln. Bedeutet, wir nehmen beide Hände so überkreuzt und legen richtig die Kniekehle oder das gesamte Gewicht, das ist wichtig, das gesamte Gewicht vom Oberschenkel legen wir hier in unsere Hände rein und wir fangen einfach an zu pendeln. Deswegen heißt es schön Kniependeln. Es ist gar nicht das Ziel, das Bein nach oben zu schwingen, sondern wir wollen nur das Kniependeln, also ein bisschen hochheben und der Fuß, wichtig, der Fuß bleibt dabei ganz, ganz locker. Es gibt eine goldene Regel bei Kniearthrose oder Arthrose im Allgemeinen im Gelenk, bewegen statt belasten. Das machen wir jetzt und ist egal, ob man jetzt eine langere Zugfahrt, wir haben eine längere Sitzende Tätigkeit, wir sind im Urlaub, im Flieger, das können wir überall machen und das hilft, hilft eindeutig, unbedingt machen. Und das würden wir machen, zwei, drei Minuten pro Seite schön gemütlich Kniependeln. Das machen wir natürlich auf beide Seiten, das ist genauso auf die Linken, wir haben jetzt gerade das rechte Bein, jetzt machen wir das linke Bein. Wichtig, wie gesagt, stolz bleiben, Schulter bleiben tief und wir haben das gesamte Gewicht vom Oberschenkel in oder vom Bein in unsere Hände. Und wir machen einfach Knie schaukeln, Kniependeln. Und Fuß ist nicht flex, sondern lasst ihn einfach da unten baumeln, da ist gar keine Spannung drauf. Das wäre unsere erste Übung und das macht es natürlich deutlich, deutlich länger. Zweite Übung, das verdrehte oder das gedrehte Knie. Wir machen, wir bleiben auf unserem Stuhl sitzen und wir machen unsere Knie oder Oberschenkel, zeigen minimal leicht nach außen und genauso wie die Fußspitze. Wir sind, die Knie sind ein bisschen breiter wie Hüftbreiter, aber auch nur ein paar Zentimeter breiter. Wir nehmen und links, rechte Hand und drücken so leicht, ganz sanft nur gegen das Knie. Und jetzt fangen wir einfach an, die Fersen bleiben immer auf dem Boden, aber wir drehen einfach die Fußspitzen nach außen, innen, nach außen, innen. Und wir achten dabei, dass das Knie hier auf gleicher Höhe bleibt. Sehr gut. Also die Knie versuchen wir deswegen, sind wir da mit den Händen, dass wir da schön dagegen arbeiten können. Merkt man vielleicht, dass eine Seite deutlich schwieriger geht oder einfacher, dann arbeiten wir vielleicht mal einseitig. Dass man auch, dass die eine Seite die etwas schwächere Seite einholt. Genau, wir versuchen den schön hier, wichtig, die Fersen, wie gesagt, bleiben auf dem Boden. Und auch das, 20, 30, 40 Wiederholungen. Genau. Schön nach außen, nach innen. Sehr gut. Das ist tatsächlich nur die Fußspitze, die nach außen, nach innen geht. Sehr schön. Und dritte und letzte Übung. Dafür drehe ich einfach mal ein bisschen unseren Stuhl. Für die Leute, die es tatsächlich noch nie gemacht haben, können Sie erst mal festhalten. Oder einfach nur zwei, drei Fingerchen. Wenn es natürlich geht, machen wir einfach eine Abduktion. Was bedeutet, also die Abduktion, wir kräftigen jetzt die Oberschenkelaußenseite. Wie kräftiger die ist, einfach eine stabilisierende oder schützt einfach unser Kniegelenk. Deswegen, wichtig, wenn ich es jetzt hier von der Seite zeige, das Standbein ist immer leicht gebeugt. Also das Knie nur leicht beugen. Wir können uns hier an die Seite festhalten und wir machen eine Abduktion. Also jetzt wollen wir den Fuß auf die linke Seite flexen. Also richtig Fußspitze heranschieben. Wichtig ist, Schultern bleiben unten und wir gehen nicht, also wir lehnen uns nicht zur Seite, sondern wir bleiben einfach aufrecht, Standbein leicht gebeugt. Perfekt. Und wir arbeiten einfach nach außen. Wenn möglich, hält man sie nicht mehr fest. Dann haben wir natürlich deutlich noch mehr Gnisterliste auch auf die rechte Seite. Da wird nicht nur hier die linke Seite trainiert, sondern auch gleich das Standbein. Ist es noch zu früh, dann geht sie wieder zu dem Stuhl und macht es erst mal leicht festhalten. Vielleicht erst mal die Hände, irgendwann eine Woche später geht es vielleicht mal nur mit den zwei Fingern und irgendwann geht es ohne festhalten. Und das macht sie locker 20, 25 Wiederholungen. Ich bin ein Freund vor allem bei Arthrose von vielen Wiederholungen. Thema Bewegen statt Belasten. Links, rechts, beide Seiten gleich. Okay, ich hoffe, die Übungen haben euch geholfen oder werden euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, unbedingt uns schreiben, wenn es euch gefallen hat oder ihr merkt, hey, ich mache das jetzt seit zwei, drei Monaten. Es sind Übungen, die ihr jeden Tag machen dürft und sollst. Und wenn es euch hilft, würden wir uns freuen über ein kleines Kommentar. Wenn ihr weitere Hilfe benötigt, wir sind für euch da. Wir machen gerne einen Beratungstermin hier bei uns in Olking und dann helfen wir jeder weiter. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.